Schönen guten Abend zusammen. Heute geht es um das Arzneimittel Lupkinis bei Lupus Nephritis. Orina Pharmaceuticals, der Hersteller von Lupkinis mit dem Wirkstoff Voklosporin, hat aktuell eine neue und vielversprechende Nierenbiopsie-Untersudie vorgestellt. Diese Studie hat vielleicht das Potenzial, Lupkinis künftig als der Goldstandard bei der Therapie von Lupus Nephritis zu manifestieren. Nun, was ist Lupus Nephritis? Lupus Nephritis ist eine lebensbedrohliche Autoimmunerkrankung. Das heißt, das körpereigene Immunsystem greift die körpereigenen Zellen und Organe an. Und wie der Name bereits ahnen lässt, handelt es sich um eine Nierenentzündung. Sie tritt auf infolge der Krankheit systemischer Lupus Erythematodes, kurz SLE genannt. Etwa 50 bis 100 Prozent der alle Patienten mit systemischer Lupus Erythematodes, SLE, entwickeln innerhalb einem Jahr nach der Diagnose Lupus Nephritis. Lupus ist häufiger bei Frauen als bei Männern anzutreffen. Neun von zehn Menschen mit Lupus sind Frauen und das meist im gebärfähigen Alter. Außerdem tritt Lupus auch häufiger bei Menschen mit afrikanischem oder asiatischem Hintergrund auf. Die Erkrankung ist zwar derzeit nicht heilbar, aber durch die aktuellen Therapiemöglichkeiten ist die Lebenserwartung betroffener Patienten nahezu identisch mit jener, die gesund sind. Und falls man natürlich die Diagnose auch zeitnah erkennt, das ist die Voraussetzung. Daher kooperieren auch neulich Toni Braxton, eine siebenfach mit dem Grammy Award ausgezeichnete Sängerin und Songwriterin mit Urinopharmaceuticals, um die Menschen gemeinsam für die Nierengesundheit zu sensibilisieren. Was sind die typischen Symptome von Lupus Nephritis? Beispielsweise Proteinurie, die erhöhte Ausscheidung von Proteinen im Urin. Mikrohämatorie, Ausscheidung von Blut im Urin, die mit dem bloßen Auge aber für den Menschen eigentlich nicht erkennbar sind. Weitere sind dann Hypertonie, also Bluthochdruck und dann noch weitere. Diagnose von Lupus Nephritis, beispielsweise mit Urinanalyse und Messungserum-Keratinin-Wert, Nierenbiopsie-Entnahme von Zellen bzw. Gewebe aus der Niere, mit anschließenden histologischen Untersuchungen durch einen Pathologen. So, was sind die Behandlungen von Lupus Nephritis? Also die Optionen, zum Beispiel Cortison oder Corticosteroide und immunsuppressive Medikamente, wie beispielsweise Belimumab, Benlista und Buclosporin-Lupkinis. Lupkinis ist das erste von der FDA zugelassene orale Arzneimittel zur Behandlung Erwachsener mit aktiver Lupus Nephritis. Lupus Nephritis ist ein aktueller, neuartiger, struktureller, modifizierter Calcineurin-Inhibitor der zweiten Generation mit einem dualen Wirkmechanismus, der als immunsuppressive und Durchhemmung der T-Zellenaktivierung und Zytokinproduktion wirkt und die Potozytenstabilität in den Nieren fördert, was natürlich dann die Niere dann auch schützt. Was hat man jetzt bei der Studie dann gefunden? Also es ist jetzt Goldstandard, Lupkinis. Also es war eine repräsentative Population und das führte zu folgenden Ergebnissen. Lupkinis hat in der placebo-kontrollierten Klinischen Studie über drei Jahre lang höhere Remissionen und Ansprechraten, als der damalige Behandlungsstandard SOC, amerikanisch gezeigt. Die Nierenfunktion blieb erhalten und das ohne die typischen klinischen Manifestationen von Toxizität, wie beispielsweise Calcineurin-Inhibitoren der ersten Generation, zum Beispiel Tacrolimus oder Zyklosporin A. Diese verursachen bekanntermaßen irreversible histopathologische Nierenschäden. Patienten, die mit CNI der ersten Generation behandelt werden, haben ein höheres Risiko, eine Nierenschädigung zu entwickeln. Und die Langzeitanwendung von CNIs der ersten Generation, wie Zyklosporin und Tacrolimus, ist mit einer Vielzahl von aktuellen Befunden verbunden, darunter Nierenfunktionsstörungen, Glucosedysregulation, Hyperkalämie, Hypomagnosämie, Arzneimittelwechselwirkungen mit MMF, also Mikrophenolat, Mophethil zum Beispiel, und Erhöhung der Serumlipide. Diese Ergebnisse sollen jetzt auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Treffen präsentiert werden. Damit könnte vielleicht Lübkeines künftig als der Goldstandard bei Lupus Nephritis wiehen.